Musik Hallo liebe Expertise-Zuschauer, hier ist Maximilian Muhr vom SEO Expert Day 2014. Bei mir ist Oliver Tillmann. Hi Olli! Hallo! Stell dich doch mal ganz kurz unseren Zuschauern vor. Man kennt dich ja jetzt sehr gut, wahrscheinlich wegen dem Verkauf von AdCloud. Das war ein großes Ding. Aber erzähl mal kurz, was ist so dein Hintergrund? Wie kam es das? Ich bin seit 1998, 1999 im ganzen Advertising-Geschäft. Damals auch viel SEO-Sachen gemacht. Sehr früh mit AdWords angefangen, mit GoTo angefangen, bevor es Obertür hieß und so weiter. Und habe dann auch sehr schnell in den gesamten AdSense-Bereich reingeguckt. Und wir waren bei OnVista einer der ersten Partner, die AdSense überhaupt auf der Seite hatten in Deutschland, über Burda. Hatten dann auch sehr schnell Obertür und Miva auf der Seite und stellten fest, vielleicht können wir da auch so eine Textbox irgendwie hinpacken. Und das hat sehr gut funktioniert. Daraus ist Legatus entstanden, das mittlerweile bei Gruner und Jahr ist. Und darauf habe ich im lokalen Bereich eine Werbeplattform aufgezogen mit Omigo, die wir an Gelben Sand Verlag verkauft haben. Und dann AdCloud einfach, wo wir gesagt haben, es braucht mal eine Technikplattform, die andere nutzen können. Und auch das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und haben wir, wie gesagt, dann wurde von der Deutschen Post übernommen als Teil von deren Advertising-Strategie. Also du hast quasi den Werbemarkt in seiner Entwicklung ja sehr stark erlebt. Es hat sich wahrscheinlich auch in der Zeit viel verändert. Also ich komme ja aus der Medienbranche und da ist ja immer noch ein Tausender Kontaktpreis. Eins der beliebtesten Modelle. Wie siehst du die Zukunft von diesem Modell? Was sind so die Vorteile daran? Oder glaubst du, dass es vielleicht andere Sachen gibt? Ich habe eigentlich schon, als wir mit Ligatus angefangen haben, 2002, 2003 gesagt, TKP ist tot. Und ich glaube immer noch daran, dass TKP tot ist. Das darf man nur nicht falsch interpretieren. Es wird immer noch wahnsinnig viel mit TKP gebucht, aber es gibt niemanden da draußen, der das nicht misst. Es gibt andere Effekte wie Homepage exklusiv auf dem Spiegel als Beispiel. Das ist eine Sache, da geht der Marketingvorstand gerne zu seinen Freunden und sagt, guck mal, morgen auf dem Spiegel, weil so ein Display-Ad, das in der Gegend rumrotiert, kannst du keinem zeigen. So eine Homepage exklusiv, kannst du sagen, guck mal hier, da sind wir, ist das nicht geil, dicke Hosen. Ansonsten ist das alles durchgemessen. RTB zeigt den Trend genau in der Richtung, dass ich über Real-Time-Bidding halt alles live einkaufen kann. Das wird immer mehr wie die Börse. Das ist so ein bisschen der Weg, wie als Cetra an der Börse kam, hat auch keiner mehr auf dem Parkett rumgeschrien, sondern es ging alles automatisiert. Und das wird immer mehr in die Richtung gehen. Das heißt aber auch, dass immer mehr TKP gebucht werden wird auf den Publishern, weil die Leute sehr genau durchrechnen können, was sie denn zahlen können. Das sind aber nicht die reinen Branding-TKPs. Da sind immer noch Leute wie Nugget, die ja auch zur Deutschen Post gehören, immer noch dran, zu versuchen, da noch Werte gegen zu messen. Google versucht genau das Gleiche, weil es einfach noch schwer zu messen ist. Du hast eben Real-Time-Bidding, du hast aber auch Google angesprochen. Dazu fällt mir natürlich immer ein Datenschutz. Darf man die Nutzer so genau durchmessen? Darf man irgendwie ihn überall mit kleinen Pixeln verfolgen oder sonstigen Techniken und genau rausfinden, wo er sich gerade ausfällt, wer das ist, dann auch noch live darauf zu bieten, ihm die passende Anzeige anzuzeigen? Glaubst du, dass das vielleicht irgendwann in Europa ein Problem werden wird für den Werbemarkt der Datenschutz? Oder glaubst du eher, dass die Menschen sich daran gewöhnen und sich irgendwann nicht mehr darüber aufregen? Also ich glaube, ein großes Problem war, dass die Leute einfach über Retargeting zu viel wiedergefunden worden sind und es ihnen dann zu sehr aufgefallen ist. Ansonsten, man muss ja einfach mal sagen, dass den Werbetreibenden eigentlich, so blöd es ist, vollkommen wurscht ist, wer das ist. Da ist einfach ein Pixel, das eine gewisse Historie hat, das zu anderen Conversion-Raten führt. Und es macht finanziell unglaublich Sinn, wenn ich mir überlege, eine durchschnittliche Klickrate ist 0,1%. Wenn ich tausendmal ein Produkt sehe, das ich mal kaufen wollte, werde ich mehr als einmal da draufklicken und dann ist das schon mehr wert. Dementsprechend macht das einfach Sinn, diese Daten zu nutzen. Und die ganzen Advertiser werden sich wahnsinnig darum kümmern und die ganzen Plattformen, dass es nicht verboten wird. Dementsprechend glaube ich schon, dass es immer mehr wird. Es wird nur auch immer intelligenter werden. Es gibt eine schöne Anekdote, auch dass das überall passiert. Ein großer Supermarkt in Amerika hatte halt so Printmaterialien, die sie verschickt haben. Und da ist ein Vater gekommen und hat gesagt, ey Leute, was seid ihr denn für bescheuerte Leute? Ihr habt meiner Tochter hier Schwangerschaftsklamotten angeboten. Sechs Wochen später hat sie ihm gesagt, dass sie schwanger ist. Das wussten die vorher auf Basis der Daten. Deswegen personalisieren die aber auch nur 10 bis 20 Prozent ihrer Magazine, weil es sonst zu krass wird. Und genau dieses Vorsichtige muss ran. Die Leute dürfen sich nicht verfolgt fühlen, aber diese Daten werden ausgenutzt werden. Das ist gar keine Frage. Lookalike-Systeme und so weiter, da passiert immer mehr. Und das wird noch immer mehr werden. Es gibt Systeme, die jetzt versuchen, Mobile und den Browser auf deinem Desktop zu verbinden, über Ähnlichkeitsschulen und so weiter und so fort. Das wird definitiv mehr. Die Frage ist, wie es den Leuten verargumentiert wird. Wann den Leuten klargemacht wird, dass es nicht um die Person geht. Dass es eigentlich egal ist, dass es Oliver Tülmann ist. Ja, wir wissen theoretisch, dass es Oliver Tülmann ist, aber das interessiert keinen. Wenn ich jetzt so, du hast Mobile angesprochen und die Zukunft. Da gibt es ja auch das riesige Thema, dass man versucht, den Offline-Handel besser messbar zu machen. Dass man schaut, wer betritt eigentlich einen Store wirklich mit seinem Smartphone. Am besten noch ihn damit bezahlen lassen. Also diese ganze Verschmelzung zwischen Online-Marketing und dann aber Offline noch einen Sale zu machen. Denkst du, das ist ein Thema, was in Zukunft noch stärker wird? Oder ist das einfach nur ein Trend, der gerade aufgebauscht wird in der Theorie? Ich glaube, das wird schon stärker werden, weil es einfach ein wahnsinniges Umsatzpotenzial gibt. Aber dann kommen wir wirklich in Privacy-Richtung, wo es echt haarig wird. Oder es gibt die ersten Sachen, die sagen, okay, ich habe Kontrolle über die ganzen Billboards, die um meine Location drumherum stehen und kann den Leuten live Retargeting geben auf Basis dessen, wo sie im Laden standen. Ja, es ist immer noch, die Person ist mir egal, aber das ist schon wirklich, dann wird es schon wirklich grenzwertig. Und wir müssen halt aufpassen, dass wir vielleicht nicht alles machen können, machen sollten, was wir machen können. Mit dem einen Unterschied, alles, was ich messen kann, wird gemacht werden, das ist keine Frage. Das wird alles immer mehr Technik, wo ich gleich darüber reden würde, dass wir einfach, es gibt diesen wunderbaren Spruch, Software will lead the world. Das wird einfach passieren, genau der Grund, weshalb wir jetzt nochmal in der nächsten Firma mehr in den Hintergrund gehen und sagen, wir kümmern uns nochmal, dass man einfach Software hosten kann, weil es immer mehr davon geben wird. Das ist nun mal Software. Nächste Firma ist ein total spannendes Stichwort. Erzähl doch nochmal kurz ein bisschen was über deine Zukunft, was du jetzt gerade, woran du arbeitest und was wird daraus werden? Wir kümmern uns gerade darum, dass Entwickler sich in Zukunft nicht mehr um Server kümmern müssen. Es ist zwar so, dass wir jetzt über Amazon, über APIs Server steuern können, wir steuern immer noch Server. Und es gibt einen grundsätzlichen Trend, der sich Containerization nennt, wo Docker ein großes Thema ist, der es erlaubt, dass wir jetzt nicht mehr Server virtualisieren, sondern Services virtualisieren. Wirklich sagen, hier sind meine Services, die ich verteilen kann und mit Giant Swarm, der neuen Firma, kümmern wir uns, dass jeder wirklich sehr einfach sich auf sein Produkt konzentrieren kann und die Infrastruktur nur sehr deklarativ beschreibt und dann nicht mehr sich darum kümmern muss. Weil das kann einfach nicht sein, dass Entwickler sich so viel darum kümmern müssen, wo ist mein Server, wie ist mein Server, was ist da drauf, wie funktioniert der, bricht der zusammen, sind da die Security Patches drauf, das darf alles nicht mehr sein. Und da baut sich langsam gerade ein Standard, beziehungsweise gerade relativ schnell, der das ermöglicht und das eine ganz andere Möglichkeit ergibt, mit seinen Services ans Laufen zu bringen. Sinnvoll verteilt, sinnvoll skalierbar, ohne viel Aufwand. Und somit kann ich mich als Entwickler darauf konzentrieren, dass ich mein Produkt baue und nicht mein Produkt, wie viel Server brauche ich, plötzlich brauche ich einen Server mehr, wo stelle ich den hin, dann brechen zwei zusammen und das machen wir mit Giant Swarm. Das hat auch Sicherheitsaspekte, oder? Wenn ich mir jetzt so überlege, klar, alles ist irgendwie hackbar und die Welt wird immer unsicherer online und so und wenn es dann plötzlich einen kompetenten Anbieter gibt, der sich um diese ganzen Probleme kümmert, ist das dann am Ende auch für die User ein Vorteil, dass sie sich mehr darauf verlassen können, wie Stabilität oder Sicherheit, auch vielleicht ihre eigenen persönlichen Daten, die sie in irgendeinem Service angegeben hat? Ich glaube, das ist unter anderem ein Fall. Das ist ja ein ähnliches Thema bei SEO. Wir hatten das eben mit den Branchenbüchern. Wenn sich jemand darum kümmert, dass er für 5000 Zahnärzte sinnvolle Landingpages bauen und die sinnvoll miteinander verlinkt, dann wird das wesentlich besser funktionieren, wesentlich mehr Kompetenzen, die er bündeln kann, weil das ist nun mal Software. Und Software skaliert mit Größe. Dementsprechend können wir uns dann ganz anders um Sicherheit kümmern, ganz anders um Hardening von den Systemen kümmern, ganz anders die Sachen voneinander abschotten und sicherstellen, dass die Sachen richtig gebaut sind und da wesentlich mehr Dienstleistungen anbieten, die das ermöglichen. Das macht es einfach wesentlich spannender. Olli, ich wünsche dir viel Freude und Erfolg beim Skalieren. Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne, Dankeschön.